Was macht man dann? Was sind die Schritte, die man geht? Der Schritt Nummer eins ist, dass man Doa macht. Man macht erstmal Doa. Denn oft ist es so, dass man Doa macht und die Herzen der Eltern werden gewendet. Der zweite Schritt ist, dass man jemanden sucht, der der Familie nahe ist, vor dem die Familie Respekt hat und dass man versucht, ihn dazu zu bewegen, mit den Eltern zu reden. Der dritte Schritt ist, oder dieser Schritt kommt parallel dazu, dass man es immer wieder versucht, auch die Eltern zu überzeugen. Man sollte eine Sache bedenken. Es ist nicht immer so, dass die Argumente der Eltern wirklich unislamisch sind. Ich möchte eine kurze Sache hier sagen. Weil man fragt uns, ja, was können wir machen? Heirat und Scheidung wird nicht über das Internet gemacht. Im Sinne von, ja, wir haben Pierre Vogel gefragt und Pierre Vogel hat das und das gesagt. Bei einer Heirat und einer Scheidung setzt man sich zusammen und hört sich beide Parteien an. Zum Beispiel, es kommt jemand und sagt, ja, mein Mann, der macht dieses und jenes, das und das, was soll ich machen? Ja, wenn das so ist, wie du sagst und dein Mann macht wirklich das, was du sagst, dann solltest du mit dem nicht zusammenbleiben, je nachdem, was sie jetzt erzählt. Aber dann ist das nicht meine Aufgabe oder mein letztes Wort, sondern geh zu einem Imam bei dir in der Ortschaft. Das ist ganz wichtig. Und das ist nämlich dann auch der letzte Schritt, dass man versucht, zu einem Imam zu gehen und zu schauen, inwieweit man trotzdem heiraten kann. Okay, das ist ganz, ganz wichtig. Das sind die Schritte, die man geben muss. Du'a, jemanden suchen, der respektiert wird und dann als letztes, dass man, falls gar nichts mehr geht, falls man überhaupt nicht überzeugen kann, dass man schaut, ob es einen Imam gibt, dem man die Lage genau darstellt, der einen dann trotzdem verheiratet, eventuell, weil die Gründe der Eltern unislamisch sind. Einen vernünftigen, vertrauenswürdigen Imam. Und das ist das, was du sagst, 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 was